Moin! Und ja, sehr sehr viele haben halt mal nach einem Schrankupdate gefragt, aber das haben wir halt nie gemacht, weil an unserem Schrank hat sich halt eigentlich fast nie was verändert. Aber jetzt haben wir einen neuen Schrank und so haben wir den, weil einer aus unserem Stall ausgezogen ist und bei unserem alten Schrank, also dem braun, sind die Türen sehr kaputt. Deswegen haben wir jetzt halt diesen Schrank bekommen und ich zeig euch jetzt mal, was da so drin ist und ja, also ich öffne erstmal diese Tür. Und ja, dann haben wir hier ganz, ganz viele kleine Fächer und die gehe ich jetzt einfach mal so mit euch durch. Ich fahre hier unten an und zwar habe ich in der untersten Schublade einmal solche Gürte für eine Decke, wenn man die unten zumacht und einmal haben wir hier so eine Tasche, also das ist unsere Einflecht-Tasche, die ist auch ein Rasierer drin für altes Barthaar oder so und ja, also sonst nur was fürs Einflechten. In der zweiten Schublade haben wir unsere Handschuhe und habe ich meine Schäpps drin. In dieser hier haben wir einmal Huföl und dann haben wir hier halt den Pinsel dazu in so einem Becher, weil ja, damit der dann nicht den ganzen Schrank versaut. Dann haben wir so, halt so gesagt so ein Tape, falls irgendwie mal was ist oder so, denn wir haben hier hinten, oder so, haben wir so eine Krankenbox sozusagen, wo dann hier auch nochmal Tate drin ist und ja, sonst so, was man so braucht. Hier in diesem Fach habe ich dann meine Leckerchenbox und ja, sonst ist da nichts mehr drin. Hier sind meine Helme drin. Also jetzt habe ich hier gerade nur den braunen, aber ja, ich habe ja auch noch meinen schwarzen und so, aber der liegt jetzt zu Hause, deswegen kommt der dann da noch nachträglich rein. Also hinter dieser Tür befinden sich so Krams, zum Beispiel wie Shampoo oder so oder noch andere Pflegesachen und so, zum Beispiel für ein Sternestriegel und hier hinten in der Box befinden sich meine Stirnriemen und ja, sonst haben wir auch noch so Pflegesachen für den Sattel oder so. Also ja, dann hier ganz, ganz oben habe ich Bandagen drin. Also das sind jetzt nämlich alle meine, weil wir haben ja noch den anderen Schrank und da sind die ganzen anderen. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt erstmal Bandagen und dann öffne ich einfach mal die andere Schrankseite. So, ich fasse mal hier mit dieser Tür an und dann haben wir hier als erstes einfach noch ein Handtuch. Dann habe ich hier meinen Sprengurt, mein Vorderzeug für Spreng und mein Longe. Hier hinten befindet sich einmal, oder hier befindet sich ein Halfterdrahmen. Dann hier meine schwarze Trense, hier habe ich ein Halsring und da unten noch einmal ein Halfter. Hier in dem mittleren Fach sind halt eine Sättel, also oben mein Springsattel und unten mein Zusattel. Und hier ganz unten in der Kiste habe ich einmal noch einmal Bandagen. Hier habe ich Gamaschen, Glocken und Bandagenunterlagen. Und sonst glaube ich, drunter ist nichts mehr. Und dann hier an der Seite habe ich einmal meine Putztasche von Haas. Wo jetzt gerade der Kuperskratzer fehlt, weil der ist in meiner richtigen Putzbox drin. Und dann hier hinten haben wir so einen Gärtenhalter, wo ich dann einfach so meinen Gärten dran kippen kann. Und dann ziehe ich einmal so und dann ziehe ich halt ab und dann halt einfach wieder. Und dann ist hier wieder dran. Dann da oben, in dem oberen Teil, habe ich einmal zwei Decken und hier dann noch drei Scherbracken. Und hier neben meinem Schrank habe ich dann meine Putzbox. Und ja, sonst war es das eigentlich auch schon mit dem Schrank. Also ich werde dann hier wahrscheinlich innen und nachträglich meine Stiefel reinstellen oder so. Also der ist in echt noch gar nicht ganz vollständig. Aber das sind jetzt erstmal so meine Grundlagen von dem Schrank. Also jetzt wisst ihr auch, wie mein Schrank so eingerichtet ist. Und wenn, weil was dazu kommt, werdet ihr das ja bestimmt auch mal sehen, wenn wir filmen, werden wir was aus dem Schrank holen oder so. Auf jeden Fall, was ist jetzt mein Schrank? Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen und dann sehen wir uns in dem nächsten. Bye! Hinter dieser Tür befindet sich so ein bisschen Kram für... Ja, also hier ist schon mal Shampoo und hier sind dann noch so Spray... Ich kann nicht mal Spray sagen. Mach mal nochmal. Ich kann nicht Spray sagen. Spray. 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 Spray.